Moin Leute, was sind die besten Einstellungen in World of Tanks? Eine hundertprozentige Antwort auf diese Frage gibt es nicht, aber ich kann euch mal zeigen, mit welchen Einstellungen ich das Spiel spiele und kann ein bisschen auf die Punkte eingehen, die wichtig sind und manche Optionen oder Häkchen, die man hier eigentlich vernachlässigen kann. Fangen wir mit den allgemeinen Einstellungen an. Beim Chat will ich gar nicht so viel sagen, das ist relativ individuell, ob man jetzt Freundschaftsanfragen akzeptiert oder nicht, muss man selber wissen, genauso wie Zugeinladungen im Gefecht. Das einzige, was hier wichtig ist, ist, dass man hier den Haken raus macht, bei Einladungen von Freunden in der Garage akzeptieren. Dieser Punkt ist nämlich relativ schlecht übersetzt, das bedeutet, dass ihr nur von Freunden Einladungen akzeptiert und nicht von anderen. Also hier solltet ihr den Haken raus machen, wenn ihr wollt, dass euch jeder einladen kann. Gefechtsarten muss man selber wissen, kommt ein bisschen auch darauf an, was man spielt. Mit TDs zum Beispiel würde ich Begegnungsgefechten nicht unbedingt empfehlen. Fahrzeugfeld, das ist in der Garage, ob ihr nun zwei oder eine Panzerreihe unten angezeigt bekommt und die Größe dieser Panzerreihe. Wenn ihr viele Panzer habt, macht es Sinn, zwei Ebenen anzeigen zu lassen. Gefechtsaufzeichnung aktivieren, ja, warum denn nicht? Wenn ihr mal ein gutes Replay habt, wollt ihr das hier auch hochladen können. Genauso wie die Gunmarks anzeigen. Gefechtsinterface, Fahrzeugstufe anzeigen, muss jeder selber wissen, Minikartentransparenz würde ich ausmachen. Guckt euch die Minikarte an. Jetzt mache ich die Transparenz rein, ihr seht, das ist alles viel verschwommener, man erkennt kaum noch was, also Minikartentransparenz ausmachen. Optische Effekte im Zielfernrohr würde ich auch nicht empfehlen. Diese Post-Mortem-Effekte, das ist alles wieder individuell. Nachdem ihr zerstört wurdet, wollt ihr dann sehen von wem und so weiter, soll sich das Bild verändern. Dynamische Kamera ist so eine Sache, die würde ich am Anfang nicht anhaben. Man kann es mal ausprobieren, wenn man getroffen wird, hat man das Problem, dass der Panzer dann wackelt, also man hat realistischere Effekte und das kann dann auch das Fadenkreuz sozusagen das Aiming in dem Moment beeinflussen. Es ist aber dann das realistischere Aiming und man hat ein genaueres Aiming. Wenn man es aus hat, kann es schon mal sein, dass man den ein oder anderen Schuss nicht trifft, weil man gerade kurz vorher selber getroffen wurde. Aber langfristig gesehen finde ich diesen Haken relativ nervig. Horizontale Stabilisierung im Zielfernrohr würde ich auf jeden Fall anmachen. Wenn ihr ohne Auto-Aim aus der Fahrt einen abschießt oder so, kann das helfen. Zum Zoom 16- oder 25-fach anhaben. Wenn ich jetzt mal gucke, wie weit ich hier reinzoomen kann, gerade auf so einer Map, die etwas größer ist. Schaut euch vor, da steht einer links vom Stein. Natürlich habe ich gerade Goldmoni drin, super toll. Wenn ihr jetzt nur 8-fach hättet, dann könntet ihr nur maximal so weit reinzoomen. Das heißt ihr könntet den Weakspot, den er eventuell zeigt, schlechter anvisieren. Ihr habt natürlich die gleiche Abweichung nach links und rechts. Aber ihr könnt auf jeden Fall auf Entfernung besser mit der Mittelmarkierung, also mit der Mitte des Fadenkreuzes schon mal drauf gehen. Also ich finde 16- und 25-fach ist nicht unbedingt verkehrt. Man hat natürlich dann einen Tunnelblick in dem Moment, aber das ist halt so. Wechseln des Zielfernrohrs auf Umschalttaste beschränken. Ich habe eine Maus mit Mausrad und damit ziele ich ein, also muss auch jeder selber wissen. Server Fadenkreuz ist so eine Sache. Wenn ihr einen schlechten Ping habt, kann ich euch das empfehlen anzumachen. Wenn ihr aber sagt, ich habe einen guten Ping und das rumgewackelte Server Fadenkreuzes geht mir ein bisschen auf den Keks, dann könnt ihr es auch durchaus auslassen. Man kann auch da ohne gut spielen. Ist sicherlich für Pro-Gamer oder so eine Option, wenn ich wirklich jeden Schuss treffen muss oder wie gesagt, wenn ich halt einen schlechten Ping habe, dann würde ich auch empfehlen das Server Fadenkreuz anzuhaben. Fahrzeugmarkierungen, Gefechtsergebnisfeld ist egal. Kamera Richtbalken auf Minikarte anzeigen würde ich machen. Ihr seht die Minikarte, wenn ich mich jetzt hier drehe, seht ihr diesen Richtbalken der Kamera. Damit kann man zum Beispiel Blindshots machen. Also stellt euch vor, außerhalb der maximalen Viewrate steht da hinten einer, ungefähr bei G1. Dann könnte ich sozusagen mit Hilfe des Kamerarichtbalkens versuchen Blindshots zu setzen und leichter treffen. Feuersektor der Selbstfallerfette auf Minikarte anzeigen. Warum nicht? Kann man auch ruhig anmachen. Erweiterte Minikartenmerkmale aktivieren immer. Wenn ich jetzt nie habe, dann seht ihr, es passiert gar nichts. Ändert sich nichts, weil ich nicht im Gefecht bin. Die Minikartenmerkmale sind vor allem die Panzer, die dann markiert wurden. Letzte Position von gespotteten Panzern und so weiter. Sowohl vom eigenen Team als auch vom Gegner-Team. Also das würde ich auf jeden Fall anhaben. Tipps auf dem Gefechtsladebildschirm muss jeder selber wissen. Sichtweitenanzeigen auf der Minikarte. Ich würde euch empfehlen, die alle anzumachen. Ihr seht die drei Kreise. Der grüne ist meine Sichtweite, der weiße ist die maximale Sichtweite, die man haben kann. Von 445 müssten das sein. Und das Gelbe ist die maximale Sichtweite, in der ihr einen Panzer reinbekommen könnt, der zum Beispiel von jemandem gespottet war. Den weißen Kreis braucht ihr nicht unbedingt. Also ihr könnt es auch so spielen. Nur mit Grün und Gelb. Dann habt ihr eure Sichtweite und die maximale Darstellungsentfernung. Aber ich sag mal so, man kann auch durchaus alle drei anmachen. Ist nicht schlimm. Am Anfang vielleicht sogar besser. Grafik. Kommt natürlich ein bisschen jetzt auf die Grafikkarte an immer. 3D Vendor Auflösung. Bei schlechteren Systemen kann man ruhig hier den Haken machen. Bei besseren Systemen kann man raus machen und 100% rein. Genauso wie hier Fenstermodus ja oder nein. Da ich streame und oft zwischen dem aktiven Streamfenster und dem zweiten Bildschirmwechsel habe ich es auf Fenstermodus gestellt. Vertikale Synchronisation. Ich finde das Game fühlt sich ein bisschen schwammig damit an. Man kann es aber durchaus rein machen und dann ja die Bildrate des Monitors mit dem Output der Grafikkarte synchronisieren lassen. Ich finde aber, dass es sich nicht unbedingt besser anfühlt das Spiel oder dass es irgendwas bringt. Selbst wenn ich einen 60 Hertz Monitor habe, kann ich auch mit 120 FPS angezeigt spielen. Ist ja egal, ob er dann nur 60 davon anzeigt. Also ich finde es fühlt sich nicht unbedingt besser an mit vertikaler Synchronisation, sondern schlechter. Kantenglättung. Ja gut, kommt wieder auf den PC an. Also ich finde mit ESSAA HQ hat man irgendwie bei Einvisieren auf Panzer komische Umrandungen, die ich irgendwie nicht gut finde. Ist aber wie gesagt Ansichtssache. Ich finde FXAA reicht völlig aus. Field of View. Ich habe jetzt hier ein Field of View von 100. Eben wir mal auf den Stein. Ganz raus. Einstellungen 120. Ihr seht direkt, ich sehe mehr nach links und rechts. Aber es sieht doch alles irgendwie so ein bisschen extremst gezogen aus. Und extrem weit links und rechts. Das finde ich persönlich zu weit. Und 70 dafür finde ich ein bisschen zu weit rein. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde 70 besser spielbar als 120. Standard ist 90. Kann man auch durchaus auf 90 lassen. Macht man nichts mit verkehrt. Das ist aber wie gesagt einfach nur persönliche Präferenz. Field of View Einstellung. Gamma würde ich ausmachen. Modus für Farbenblinde ist so eine Sache, wenn man es braucht. Klar, wenn man nichts braucht. Sind die Gegner halt nicht rot, sondern blau angezeigt. Farbfilter würde ich ausmachen. Sieht alles irgendwie nicht so schön aus. Ist aber alles persönliches Gedöns. Brauche ich nicht darauf einzugehen. Zu den Details. Ich nehme mal an. Ihr habt verbesserte Grafik drin. Standard ist sowas wie für Laptops oder wirklich alte PCs. Was ist hier wichtig? Wie hoch ihr die Texturen stellt. Und die Qualität hängt natürlich von eurer Grake ab. Und so weiter. Was ich auf jeden Fall nicht unbedingt anmachen würde, wäre Floradichte, Effekte beim Fernrohr, zusätzliche Effekte und so weiter. Weil das einfach dann wieder Mündungsfeuer und solche Geschichten sind. Die ihr nicht unbedingt braucht. Und die euch beim Aiming eigentlich mehr stören als helfen. Ansonsten. Bewegungsunschärfe ist aus. Und Punkt, den solltet ihr aus haben. Alles andere kommt auf eure Grafikkarte und eure Einstellungen an, die ihr bevorzugt. Wenn ihr keine Grafikkuche seid, könnt ihr das natürlich auch alles runterstellen. Wenn ihr meint, könnt ihr dann besser spielen. Warum nicht? Ansonsten noch Laubtransparenz kann ich auch noch empfehlen anzumachen. Der Rest ist relativ individuell. Was kann man zum Ton sagen? Eigentlich nicht viel. Ich würde Musik im Gefecht Garage ausmachen. Also ich habe es aus. Aber wer es toll findet, kann es natürlich auch anmachen. Ich finde es einfach nur nervig auf Dauer. Genauso wie Umgebungsgeräusche. Ansonsten würde ich sagen, Effekte und Sprachmitteilung vielleicht ein bisschen lauter als das Fahrzeug und das Interface auf jeden Fall. Weil ihr dann ja im Spiel die Sprachmitteilung und die Effekte bringt euch halt mehr als das Motorgeräusch oder so. Nachtmodus ist sowas, das habe ich mal ausprobiert. Das ist ganz cool, wenn man es reduziert. scharfe Töne und minimiert tiefe Frequenzen. Aber müsst ihr selber wissen. Und der Rest hier, ob ihr jetzt über ein Soundsystem spielt oder ein Kopfhörer, Laptop, wie auch immer. Muss mal ein bisschen mit rumspielen beim eigenen System. Was ich empfehlen kann, ist halt mal den Nachtmodus auszuprobieren. Aber das ist hier so eine Sache, das müsst ihr selber ausprobieren. Das einzige, was ich empfehlen kann, ist halt hier, das ein bisschen lauter zu haben als die ersten beiden Regler. Sprachjet auf jeden Fall ausmachen, ist der letzte Quatsch. Hört sich an wie aus einer Blechtrommel oder so. Also ausmachen. Steuerung, kann man nicht viel zu sagen. Das muss man auch ausprobieren. Anhalten und feuern habe ich zum Beispiel keine Taste für. Braucht man eigentlich nicht. Kann man auch selber machen mit S. Anhalten und dann feuern. Ja, und die Sensibilität beim Zielfeuernrohr schießen und so. Ja, das ist halt. Man müsste ausprobieren, womit der klarkommt. Der DPI eurer Maus und so weiter hängt das zusammen. Also das kann man nicht allgemein sagen, was da das Beste ist. Beim Visier kann man vielleicht schon sagen, also ich finde, das bringt nichts. Wenn ihr seht, was sich verändert, finde ich nutzlos. Mittelmarkierung würde ich eine Dicke wählen. Ich habe diese O-Form gewählt. Man kann natürlich auch was anderes nehmen, sowas. Aber ich finde, das erkennt man schon wieder viel schlechter. Als O-Form 1 oder T-Form sieht man auch schlechter. Zielpunkt geht vielleicht noch in Ordnung. Aber ich habe halt diese O-Form 1 als grünen Punkt für die Mittelmarkierung. Und ich habe im Fadenkreuz dann den Zielfernrohr, habe ich dann den roten Punkt genommen. Damit ich immer weiß, welcher jetzt gerade derjenige ist, der Mittelmarkierung ist. Und welcher der ist, mit dem ich schießen will. Ansonsten Laden, Status, das sind so Sachen. Kann man natürlich alles anhaben. Aber ich finde, das ist nur unnötiges Gedöns, was im Weg ist. Mich die ganze Zeit nervt, also mache ich das alles aus. Weil ich habe es ja sowieso in dem Zielkreis schon drin. Ich habe hier auch die Schüsse angezeigt, die ich natürlich unter Ladezeit und unter Magazin anhaben sollte. Das hier ist jetzt die Markierung. Da kann ich mir natürlich aussuchen, was mir am liebsten passt. Ich finde diesen Punkt ganz gut. Aber das ist euch selber überlassen. Kreis mit Ladeanzeige würde ich zum Beispiel auch machen. Also ich finde es nicht schlecht. Gerade wenn ihr dann hier den Ladebalken raus macht. Dann könnt ihr den Kreis mit Ladeanzeige rein machen. Hab das nicht doppelt gemoppelt. Und im Prinzip überschneiden sich dann die Einstellungen beim Zielfernrohr. Das hier brauche ich natürlich dann nicht mehr unbedingt. Ansonsten könnt ihr sagen, das könnt ihr hier kopieren. Nur die Markierung halt vielleicht ein bisschen anders machen als das Fadenkreuz, mit dem ihr aimt. Zutmarkierung des Panzers. Fahrzeugsymbol und Stufe kann man sicherlich rein machen, wenn man neu ist im Spiel. Und wissen will, ist das jetzt ein Heavy Tank oder ein Medium Tank oder nicht. Aber wenn man länger spielt, weiß man das irgendwann einfach. Genauso wie die Stufe, die weiß man irgendwann auch. Deswegen habe ich es nicht drin. Fahrzeugbezeichnung ist sicherlich nicht verkehrt. Weil man will ja wissen, was da für ein Panzer steht. Man erkennt es nicht unbedingt immer direkt, ob das jetzt ein 6er Medium oder ein 7er Medium ist. Zum Beispiel bei den Russen. Da kann das schon manchmal helfen. Wiederannahme. Klar, wenn man so ausmachen will, kann man es auch ausmachen. Aber ich habe es halt an. Haltbarkeitsanzeige ist noch wichtig, dass ihr nicht auf Prozent steht. Sondern entweder auf Struktur übrig oder Struktur übrig Gesamt. Weil ihr dann einschätzen könnt, wieviel Leben der Gegner noch hat. Und somit viel besser wisst, wieviel Schüsse ihr noch braucht, um ihn zu töten. Bei Prozent habt ihr beim Tiger. Wenn ihr jetzt nicht wisst, der hat 1500 HP. Dann könnt ihr gar nicht einschätzen, wieviel Leben hat er denn eigentlich noch. Also Struktur übrig oder Struktur übrig und Gesamt. Alternativ ist natürlich so eine Sache, wenn ihr Halt drückt, was ihr dann alles angezeigt bekommen haben wollt. Ich habe jetzt zum Beispiel noch die Stufe dabei, falls ich mal wirklich nicht weiß. Ansonsten kann man das eigentlich gleich halten. Beim eigenen Team sieht das im Prinzip genauso aus. Ich will die drei Dinger oder die zwei Dinger hier auf jeden Fall haben. Spielannahme schadet nicht, sag ich mal. Und ja, ansonsten gibt es da nichts mehr zu zu sagen. Zerstört ist auch so ein Punkt. Ich denke, es macht keinen Sinn, bei zerstörten Panzern noch alles mögliche anzeigen zu lassen. So wie jetzt zum Beispiel eine Haltbarkeitsanzeige, die ganz unten ist. Ja, wenn er zerstört ist, dann hat er keine HP mehr. Das ist normal. Das brauche ich mir nicht extra nochmal anzeigen zu lassen. Genauso wie das Symbol oder die Stufe des Panzers. Das ist ja völlig egal. Da steht ein Wrack rum. Spielannahme ist vielleicht nochmal ganz interessant. Kann man aber auch theoretisch einfach so machen. Wenn man sagt, es ist mir völlig egal. Der Panzer ist zerstört worden und spielt keine Rolle mehr. Gefechtsbenachrichtigungen ist so eine Sache. Ich würde alles anmachen. Bis auf dynamische Anzeigen und Animationen. Braucht man auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich ein Haken jetzt drin hatte. Wenn ihr euch das durchlässt, ihr werdet ihr sehen, warum die beiden Punkte total optional sind. Kann man machen, kann man aber auch nicht machen. Was wichtig ist, ist der Rest Schaden. Braucht ihr Fahrzeugdaten braucht ihr auch. Ihr wollt wissen, wer hat euch geschossen. Ihr wollt wissen, wie viel ist an euch abgeprallt oder wie viel Schaden habt ihr bekommen. Dann könnt ihr einschätzen, welche Kanone das war, wenn ihr euch ein bisschen auskennt. Ihr wollt auch sehen, ob ihr kritisch getroffen wurdet. Also zum Beispiel nur einen Kettentreffer kassiert habt. Warum denn nicht? Auch wenn man es selber natürlich mitbekommt. Aber wenn man jetzt mal von fünf Leuten beschossen wird gleichzeitig. Was natürlich nicht gut ist. Aber sagen wir mal, es passiert. Kann das schon mal hilfreich sein, das alles irgendwie mitzubekommen. Und auf jeden Fall auch erweitert den Standard. Wie ihr seht, ist diese Anzeige nicht besonders hilfreich. Okay, ich wurde von da irgendwo von irgendwas beschossen. Kann ich nicht einordnen. Okay, von da ist irgendwas irgendwie an mir abgeprallt. Das bringt nichts. Ansonsten Gefechtsergebnisse. Zu diesem Punkt würde ich sagen, braucht man das meiste nicht unbedingt. Also zum Beispiel Eroberung zurückgesetzt, kriege ich mit. Basiseroberung, die ich selber mache, kriege ich auch mit. Wenn ich im Kreis stehe. Schaden abgewehrt, kritischer Schaden muss mir nicht unbedingt angezeigt werden. Weil ich ja vor allem im Protokoll das auch noch angezeigt bekommen kann, wenn ich will. Und das Protokoll finde ich sinnvoller. Denn das Protokoll ist das, was bleibt. Und nicht das, was nur kurz aufploppt und wieder weg geht. Deshalb kann ich euch empfehlen, das alles anzuhaben hier. Dann könnt ihr halt links unten neben der Panzeranzeige euch das alles anzeigen lassen. Ihr könnt es auch nach oben verschieben, soweit ich weiß. Ansonsten kann ich nur sagen, bei Gefechtsergebnissen muss man das selber wissen, was man da für wichtig hält. Name des Ereignisses zum Beispiel finde ich nicht wichtig, weil man irgendwann weiß, was diese Punkte bedeuten. Am Anfang kann man das vielleicht noch anhaben. Allerdings habt ihr dann wirklich, wenn ihr auf jemanden schießt oder Schaden bekommt, richtig viel im Bereich des Spielfernrohrs aufploppen an Meldungen. Das ist am Anfang vielleicht auch ein bisschen zu verwirrend. Und wenn das zu viel ist, kann das auch nerven. Deswegen, ich habe es so gemacht, Brand kann man schon mal machen. Dann sieht man, wie viel Damage der Gegner durch Brand bekommen hat. Schaden nach Betäubung, wenn ich mit der Artisch spiele. Schaden durch Aufklärung, wenn ich Light spiele oder auch generell. Schaden durch Abriss. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ob das Rammschaden ist oder sonst was. Nee, Rammschaden ist hier. Keine Ahnung, ganz ehrlich. Schaden durch Abriss. Macht's rein, lasst es raus. Ich weiß es nicht, was es ist. Schaden durch Treffer ist klar. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dieser Punkt ist. Ansonsten, bei den anderen Punkten kann ich nur sagen, müsst ihr selber wissen. Gegner zerstört, Kette zerstört, Schaden durch Ramm, kritischer Schaden. Das sind meine Meinung nach alles Sachen, die kriege ich auch so mit. Dafür brauche ich keine extra Anzeige im Bild. Beim Protokoll würde ich sagen, macht es schon Sinn, fast alles anzuhaben. Auf jeden Fall die obersten vier, die kriege ich dann unten angezeigt. Ich kann die ausführlichen Schadens Mitteilungen ausmachen, wenn ich will. Wenn mich das stört. Aber ich finde zum Beispiel zu wissen, mit welcher Munition und wie viel Schaden der letzte Gegner an mir gemacht hat. Ich finde es ganz interessant. Deswegen habe ich es an. Muss man aber nicht. Man kann dann hier noch alles anzeigen lassen da unten. Dann überschwemmt das aber relativ schnell mit Meldungen. Vor allem wenn die eigene Gefechtsleistung doppelt angezeigt wird. Also wenn ich es einmal als Gefechtsergebnis habe und dann nochmal an Protokoll, finde ich ein bisschen übertrieben. Deshalb habe ich nur Schaden erhalten drin. Und ja, Position des Ereignisses. Genau, hier ist der Punkt, den ich meinte. Ich kann es mir unten anzeigen lassen oder ich kann es mir auch oben anzeigen lassen. Ist auch wieder total individuell. Wie ihr das macht, auch völlig egal. Das war es zu meinen Einstellungen. Wenn ihr noch Fragen habt oder Ergänzungen habt. Zum Beispiel wenn ihr wisst, was der Unterschied zwischen Schaden durch Abriss und Schaden durch Rammen oder Treffer ist. Könnt ihr das ja gerne nochmal sagen, weil für mich macht das Abriss nicht wirklich Sinn. Vielleicht auch wenn ich auf einem draufstehe oder so. Kann sein. Ansonsten soll es das von mir dazu gewesen sein. Ich hoffe das bringt einige ein bisschen weiter was die Einstellung angeht. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer freue ich mich über ein Like oder auch ein Abo. Und ansonsten würde ich sagen bis zum nächsten Video.